so hallo herzlich willkommen zu später stunde gibt es noch ein kleines video und zwar habe ich mir fünf falschen cases gegönnt und ein paar sachen für den trade-up aufwertungsvertrag michael philipp ist noch dabei also der harte kern aus dem live stream dabei ist es viertel vier morgens das ist eigentlich glaube ich so schlaftrunken darf man so ein scheiß eigentlich machen doch das ist gut da bist du wieder hellwach also der plan war so ich öffnet sie fünf cases bin dann total deprimiert und macht einen aufwertungsvertrag der mich dann aus dem loch wieder rauszieht hoffentlich also aus meiner depression ich sag mal ich fange an oh stopp ich muss ja dritten schlüssel dritten schlüssel zweite case zweite case das ist die rwp hyperbeefs hat wird schief gehen da wird schief gehen naja mike du bringst du bad vibes mit rein es wird wahrscheinlich die nova ranger immer wenn man sagt so ich hab voll das gute gefühl oder jetzt muss man reinlacken oder so dann wird man nämlich voll enttäuscht weil dann hat man nämlich so das gefühl so ja jetzt kommt vielleicht was jetzt kommt vielleicht was wenn ich jetzt schon sagt uwe das wird nichts und gehen dann also dann wird sie in oberranger einfach es wird die es wird die bunsenbörner wird jetzt da nein es ist die rocket pop geliebe ab die piraten ich finde das der schlüssel sieht so ein bisschen aus wie so pirat ja genau okay also ich mache gleich die nächste auf ich kann es jetzt nicht halten dass sie noch bei der ersten hat sie mal draufgebrüht auf jeden Fall egal eine bunsenbörner 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 wobei die echt noch richtig cool aussieht ja die hätte es nur so machen müssen so finde ich so ein bisschen wie wie beim doppler das ist manche rote geht manche blaue geht weißt du wie ich meine ja mann ja mann das ist ein bisschen so ein so ein pattern noch ja ich mache es die nächste auf 3 2 1 go es kann aber auch überhaupt nicht reinlacken kein millimeter kein millimeter bei mir elite build p90 abgelenzt abgelenzt ist das neue ja das ist eine condition die krieg nur ich die ist schlimmer als battle scout okay vorletzte ich weiß ja schon da war es rot ist danke und es wird wieder bunsenbörner bunsenbörner ist ja schön aber ich will die nicht letzte kiste kommen jetzt ganz reinlacken ich habe so viele kisten aufgemacht einmal reinlacken jetzt da war die star trek syrax danke dass ich die nicht gekriegt hat die ak hat richtig rein gekriegt wie auch wie immer eigentlich und jetzt muss der star trek aufwertungsvertrag muss jetzt hier alles richten und zwar kann ich die ak herausbekommen oder die awp wobei da jetzt noch relativ teuer sind ja aber gewinn mache ich wahrscheinlich nicht wirklich bei den derzeitigen preisen es sei denn es wird wirklich factory nur reinlacken aber auf dem dritten wochen siebten platz also ich fange jetzt mal an mit der minimalware nemesis wie viel hast du denn bezahlt uwe ich habe um die 120 und ja mit zwei factory nur vielleicht sind wir bei 130 ja dann machst du zehn euro gewinnen wenn du die hyperbeast mit mir siehst bei der aquamarine machst du leider 40 euro verlust ja aber die würde ich dann dafür spielen glaube ich ich habe gerade keinen gescheiten akars so auf die dritte 2 4 5 6 kommt auch noch minimalware sieben kommt dann factory nur wieder hast du gesagt ja ja ich kann sie auch noch in viel testet bekommen das wäre halt jetzt allerdings extrem bitter das wäre richtig bitter ja aber doch mal irgendwas ist so ein schild das er um 82 euro die hat verbiest und 66 euro die agger 66 dann würde ich beide spielen ok ich will die awp in fact renew und ein herz das wäre das wäre mal richtig lucky jetzt ohne scheiß aber es ist die ak 47 schon mal kacke und minimalware also theoretisch auch wieder reingekackt aber ist ok die werde ich spielen so ein kleines noch ich untersucht ja geil ausseht die auf jeden fall ich krieg doch noch das namensschild fischi aber es ist halt krass wie ich muss sie die mussten ak 47 nennen ak 47 fischi ja die sieht aber fn aus ja mann gut die sehen immer fn vor am lauf sind ja gar keine kratzer am lauf warte ja das war ihnen mal nicht immer den sound schlossen in dem game man jo vielen dank fürs zuschauen drückt mir daumen hoch rein schreibt in die kommentare was ihr davon haltet ob ihr schon eine von den zwei gezogen habt oder auch nicht oder was auch immer und dann sage ich danke fürs zuschauen und bis zum nächsten mal